Andreas Bietke, NL Cottbus gewinnt 3 zu 0 gegen den FSV Luckenwalde. Wie haben Sie heute die Leistungen Ihrer Vorderleute so erlebt? Ich fand, die erste Halbzeit war ein sehr gutes Spiel. Wir haben sehr gut für den Rausspiel. Wir sind gut nach vorne gekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns irgendwie vermissen lassen. Wir haben nicht mehr die Zweikämpfe gehabt. Und irgendwie wurde es dann zum Ende halt immer enger. Aber zum Schluss haben wir dann aufgemacht und wir haben das 3 zu 0 gemacht. Und so ist halt Fußball. Für Sie war es das erste Spiel, wo jetzt klar war, dass Sie die neue Nummer 1 bei NL Cottbus sind und auch die nächsten Monate sein werden. Und dann, wie groß war die Aufregung vor dem Spiel und dann auch in den 90 Minuten? Also vor dem Spiel, vor dem Rausgehen war schon sehr aufregend. Aber wenn man dann auf dem Platz ist, da ist die Aufregung eigentlich immer weg bei mir. Und dann hat man einfach Spaß aufs Spiel und freut sich, dass man da spielen darf. Sie hatten besonders viele Szenen im Rauslaufen, wo Sie immer wieder so eine Art fast Libero gespielt haben. Wie hat in Ihren Augen das Zusammenspiel mit der Abwehr schon geklappt? Ja, ich fand es halt schon sehr gut geklappt. Natürlich in ein paar Situationen geht es immer besser. In der ersten Halbzeit, wo ich da vorbeirutsche, hilft mir zum Glück Hilde dann noch zum Schluss. Und Eise auch. Aber ich würde sagen, wenn wir die nächsten Monate weiter spielen, dann wird das dann besser. Welche Entwicklungsschritte haben Sie sich jetzt so im Kopf gesetzt für die nächsten Wochen und Monate? Also viel wie möglich Spiele gewinnen. Das ist eigentlich das Ziel für uns alle und das ist auch mein Ziel. Ihr Kollege Alexander Sebald war an Krücken hier im Stadion zugeschaut. Er hat Ihnen heute Vormittag auch noch eine Nachricht geschrieben. Wie ist Ihr Verhältnis und wie beobachten Sie das in Verletzungen? Alex ist ein super Typ. Also es ist natürlich scheiße, dass er sich verletzt hat. Kann man jetzt nichts machen. Wir spielen auch für Alex. Das ist das Wichtigste. Und ich hoffe, wir haben ihn stolz gemacht und er ist einfach ein Topmann. Danke. Bitteschön. Danke. 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 Danke.